Ich lerne Deutsch. J'apprends l'allemand. Nummer 32 Ich bin Kellner in einer Hotelbar. Ich bin Kellner in einer Hotelbar. Je suis serveur dans un bar d'hôtel. Der Elefant taucht seinen Rüssel ins Wasser. 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 Links und rechts der Straße stehen Bäume. Ich fahre die Allee hinunter. Links und rechts der Straße stehen Bäume. Ich fahre die Allee hinunter. Ich fahre die Allee hinunter. Hier muss man immer mit Schafen auf der Straße rechnen. Hier muss man immer mit Schafen auf der Straße rechnen. Hier muss man immer mit Schafen auf der Straße rechnen. Hier muss man immer mit Schafen auf der Straße rechnen. Hier muss man immer mit Schafen auf der Straße rechnen. Mutter und Tochter haben Kränze in ihren Haaren. Mutter und Tochter haben Kränze in ihren Haaren. Mutter und Tochter haben Kränze in ihren Haaren. La mère et la fille ont des couronnes dans les cheveux. Bei trockenem Wetter öffnet sich die Blüte des Löwenzahns. Bei trockenem Wetter öffnet sich die Blüte des Löwenzahns. Bei trockenem Wetter öffnet sich die Blüte des Löwenzahns. Barton sec, la fleur du pissenlit s'ouvre. Hier kaufe ich farbiges Papier. Ich lege es in meinen Korb. Hier kaufe ich farbiges Papier. Ich lege es in meinen Korb. Hier kaufe ich farbiges Papier. Ich lege es in meinen Korb. Ich habe zum Geburtstag drei neue Holzhäuser bekommen. Ich habe zum Geburtstag drei neue Holzhäuser bekommen. J'ai reçu trois nouvelles Maisons en bois pour mon Anniversaire. Meine Hüte hängen alle an der Wand. Meine Hüte hängen alle an der Wand. Tous mes Chapeaux sont accrochés au mur. Ich notiere die Bestellung des Kunden. 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 Bettina befestigt ihr Hörgerät an ihrem Ohr. Bettina befestigt ihr Hörgerät an ihrem Ohr. Bettina befestigt ihr Hörgerät an ihrem Ohr. Bettina fixe son Appareil auditif a son Oreille. Elke sitzt im Rollstuhl. Sie wählt eine Telefonnummer. Elke sitzt im Rollstuhl. Sie wählt eine Telefonnummer. Sie wählt eine Telefonnummer. Sarah wartet auf den Bus. Sie hat einen gelben Regenschirm. Sarah wartet auf den Bus. Sie hat einen gelben Regenschirm. Sarah wartet auf den Bus. Sie hat einen gelben Regenschirm. Sarah attend le bus. Elle a un parapluie jaune. Ich bezahle meinen Kaffee mit meiner Kreditkarte. Ich bezahle meinen Kaffee mit meiner Kreditkarte. Je paie mon café avec ma carte de crédit. Wir starten zu einem Ausflug mit dem Segelboot. Wir starten zu einem Ausflug mit dem Segelboot. Nous partons pour une excursion en voilier. Auf diesem Shirt steht, Magie liegt in der Luft. Auf diesem Shirt steht, Magie liegt in der Luft. Sur ce T-Shirt, on peut lire, ressent la Magie dans l'air. Edwin hängt ein Vogelhäuschen an den Baum. Edwin accroche une cabane à oiseaux à l'arbre. Lucas schiebt den Stuhl über den Boden. Lucas pousse la chaise sur le sol. Olivia hat etwas zu viel getrunken. Olivia hat etwas zu viel getrunken. Olivia hat etwas zu viel getrunken. Emma balanciert auf einem Baumstamm. Emma balanciert auf einem Baumstamm. Emma se tient en équilibre sur un tronc d'arbre. Der Hund hat eine Pfote im Napf und leckt sich die Nase. Der Hund hat eine Pfote im Napf und leckt sich die Nase. Aurora spielt Flöte. Aurora spielt Flöte. Aurora spielt Flöte. Aurora spielt Flöte. jusqu'à présent, elle ne connaît qu'une seule Chanson. Leo fährt mit dem Laufrad. Leo fährt mit dem Laufrad. Leo fährt mit dem Laufrad. Leo fait du vélo d'équilibre. Jacob sitzt auf dem Stuhl und isst einen Apfel. Jacob sitzt auf dem Stuhl und isst einen Apfel. Jacob sitzt auf dem Stuhl und isst einen Apfel. Jacob ist assis sur une chaise et mange une Pomme. Das Pferd grast auf der Wiese. Das Pferd grast auf der Wiese. Das Pferd grast auf der Wiese. Le Cheval brûte dans le Prêt. Ich umarme mein Kaninchen. J'embrasse mon Lapin. Moritz säubert den Balkon mit Besen und Kehrschaufel. Moritz säubert den Balkon mit Besen und Kehrschaufel. Moritz nettoie le Balkon avec un balai et une pelle à poussière. Ich bin verzweifelt. Ich verstehe diese Aufgabe nicht. Je suis désespéré. Je ne comprend pas cette tâche. Der Hund blättert die Seite im Buch um. Der Hund blättert die Seite im Buch um. Le Chien tourne la page du livre. Ich helfe dir, die Schlittschuhe zu binden. Ich helfe dir, die Schlittschuhe zu binden. Je vais t'aider à attacher tes Patins. Die Hunde warten darauf, dass die Familie nach Hause kommt. Die Hunde warten darauf, dass die Familie nach Hause kommt. Die Hunde warten darauf, dass die Familie nach Hause kommt. Mein Bär ist krank. Mein Bär ist krank. Ich muss ihn untersuchen. Mein Bär ist krank. Mein Bär ist krank. Ich muss ihn examiner. Ich schaue von hinten durch den Bilderrahmen. Ich schaue von hinten durch den Bilderrahmen. Je regarde par derrière à travers le cadre photo. Dieses Puzzle ist eine große Herausforderung. Dieses Puzzle ist eine große Herausforderung. Mit Schubkarre und Eimer geht es in den Garten. Avec une brouette et un seau, on se rend dans le jardin. Ich überquere den Zebrastreifen. Ich überquere den Zebrastreifen. Ich überquere den Zebrastreifen. Je traverse le passage piéton. Ich bereite das Mittagessen zu. Es gibt Salat. Ich bereite das Mittagessen zu. Es gibt Salat. Ich bereite das Mittagessen zu. Es gibt Salat. Je prépare le déjeuner. Il y a de la salade. Ich schenke drei Gläser Wein ein. Ich schenke drei Gläser Wein ein. Paul schneidet frisch gebackenen Apfelkuchen in Stücke. Paul schneidet frisch gebackenen Apfelkuchen in Stücke. Paul schneidet frisch gebackenen Apfelkuchen in Stücke. Paul coupe en morceaux de la tarte aux pommes fraischement cuites. Jetzt kommen einige Wiederholungen aus den vorherigen Folgen. Voici maintenant quelques Rediffusions des Episodes précédents. Je mehr Farben ich verwende, desto schöner wird das Bild. Je mehr Farben ich verwende, desto schöner wird das Bild. Plus j'utilise de couleur, plus l'image est belle. Oben auf dem Berg steht ein Kunstwerk. Oben auf dem Berg steht ein Kunstwerk. En haut de la montagne, il y a une œuvre d'art. Wir beide lesen interessante Dinge. Wir beide lesen interessante Dinge. Nous lisons tous les deux des choses intéressantes. Der Wald sieht unheimlich aus. Der Wald sieht unheimlich aus. Der Wald sieht unheimlich aus. La forêt a l'air effrayante. Der Hund hat eine Schleife im Haar. Der Hund hat eine Schleife im Haar. Ich sehe cool aus mit der Sonnenbrille. Ich sehe cool aus mit der Sonnenbrille. Ich sehe cool aus mit der Sonnenbrille. Je l'air cool aus mit der Sonnenbrille. Ich habe kein Besteck. Ich habe kein Besteck. Ich habe kein Besteck. Je n'ai pas de couvert. Die Kekse sehen aus wie Teddybären. Die Kekse sehen aus wie Teddybären. Les Biscuits ressemblent à des Ursons. Ich glaube nicht, dass Lukas pünktlich kommt. Je ne pense pas que Lucas sera alors. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Je suis satisfait. Gleich fliegen die Schneebälle. Les boules de neige vont voler. Der Junge fährt mit dem Fahrrad. Der Junge fährt mit dem Fahrrad. Le garçon fait du vélo. Das Schattenspiel Das Schattenspiel Das Schattenspiel Le jeu d'ombre Ich laufe auch bei Glatteis Ich laufe auch bei Glatteis Ich laufe auch bei Glatteis Je cours aussi quand il y a du verglau Das Kind steht am Zaun und lächelt Das Kind steht am Zaun und lächelt Das Kind steht am Zaun und lächelt L'enfant se tient près de la clôture et sourit Das Zimmer ist sehr klein Das Zimmer ist sehr klein Das Zimmer ist sehr klein La chambre est très petite Ich habe goldene Sterne auf meinen Wangen Ich habe goldene Sterne auf meinen Wangen. J'ai des Etoiles dorées sur les Joux. Heute gibt es Erdbeeren. Heute gibt es Erdbeeren. Heute gibt es Erdbeeren. Aujourd'hui, on mange des Fraises. Mein Bart soll immer gepflegt aussehen. Je veux que ma barbe soit toujours bien entretenue. Der Igel sucht nach Futter. Der Igel sucht nach Futter. Der Igel sucht nach Futter. Le Hérisson cherche de la nourriture. Die Eule sieht mich entsetzt an. Die Eule sieht mich entsetzt an. Die Eule sieht mich entsetzt an. La Chouette me regarde avec horreur. Wenn dir dieses Video gefällt, dann gib uns bitte ein Like. Wenn du diesen Kanal abonnierst, dann trägst du dazu bei, dass wir weitere Videos für dich veröffentlichen können. Wenn du diesen Kanal abonnierst, dann schaufe ich dir das Video für dich veröffentlichen. Vielen Dank.